Und hier ist er wieder der Schmäntelling von gestern. Er ist ja erst gerade hier vorne gelandet. In der Mitte des Bildes, gerade an dem Wasser hinein. Und hier ist ein Tauben. Das rückt sie dahinter. Und hier ist ein Tauben. Das ist jetzt weniger spektakulär. Aber im Oktober ist jetzt wieder der Schmäntelling hier gegenüber. Sie haben sich hier gegenüber den Platz ausgesucht, um sich an der Sonne aufzufärmen. Ich finde das interessant. Und jetzt ist es 16.08. Und da riechst man in der 26. Zeit der 2022. Und da riechst man in der 20.09. 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 Und da riechst man in der 20.09.